Hey mein Freund, ich habe dir einen schönen Tag gehört und ich will dir hier mal ein bisschen was wissen, was ich sehr viel reden darf. Ich weiß, viele Menschen wissen, dass es alles kann, aber ich weiß auch, dass es noch sehr viel ist, dass es nicht. Ich habe mal meine Bibel und ich habe alle wenige Sticker für euch gebacken, mit dem Gedicht der Bibel. Ich habe gesagt, das sind rote und schwarze Nummer. Die schwarze Nummer steht im Olle Testament und die rote Nummer steht im Nied Testament. Und dann habe ich mir dieses Buch gebacken, weil ich nun mal Johannes biege. Und dann brauche ich bloß zu sagen, wo ist das Buch. Wo ist die Sticker? Für den Sticker schwarze ich das ein. Dann lau ich das ist das Ewa. Und dann schwarze ich das dann. Und dann brauche ich bloß wieder zu bladern, weil ich den Kapitel immer auch dann will. Und weil ich nun gut will, noch eine andere Buch wieder zu bladern, was immer das wird sein. Dann füge ich den ersten Johannes, habe ich hier so. Bloß den Sticker auffüllen, und lau ich das Ewa. Und dann fangt das Buch direkt an. Und alle Bege, die im Olle Testament sind, die Nummer sind schwarze. Und wenn ich noch drei bladern, wo ich mal sage, ich will eine Sprache bladern, dann habe ich hier so. Füge ich den Sticker an, leu ich nicht Ewa, und dann bloß ein, drei. Du hau ich spreche. Und dann brauche ich einen bloß dort zu bladern, aber im Kapitel wird einer dann wählt, wo er eine Mäden und die Buch wählt. Ich gucke dich gleich in diesem Video. Und ich wünsche ihn Gott zu sehen.